Fake oder nicht fake, das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich wachten gegen eine See von Plagen. Ich bin mittendrin, ich bin so richtig im Flow. Du hast einen Schleuder bei TalkDot, das dauert. Okay, durch Widerstand, Sie enden. Dankeschön, das ist sehr lieb von euch.